Hallo, smarte Bankkunden! Diesen Sonntag ein Video von Unterwegs. Es ist ein Ankündigungsvideo für den September. Sie dürfen sich auf einiges freuen. Meine Familie und ich waren unterwegs die Woche, haben Kooperationen geschmiedet. Wir werden einen Gastbeitrag haben, wo es um eine super Kreditkarte geht, eine kostenlose Superkreditkarte. Und es gibt zwei Webinare. Das eine Webinar, da geht es um Hochdividendenpapiere, Hochdividendenaktien hauptsächlich. Und das andere ist, wir haben mit einem Fondsmanager gesprochen. Und auch dieser Fondsmanager macht für uns ein Live-Webinar, wo man ihm auch richtig Fragen stellen kann. Es geht darum, wie er großartige Unternehmen findet, wie er die bewertet. Und wir haben natürlich auch eine Empfehlung von ihm an uns, smarte Bankkunden, die Vermögen aufbauen wollen. Sie merken, die beiden Webinare, die gehen in die Richtung Vermögensaufbau. Das ist jetzt nicht alle von diesem YouTube-Kanal interessant. Von daher ist es auch so, wer an den Webinaren teilnehmen möchte, der geht unter dieses Video. Finde den Link dann zu unserem Aufsteigertraining. Wer dort dabei ist, der kriegt per E-Mail denn die Einladung. Wir schicken die jetzt raus am Dienstag oder am Mittwoch. Wir haben die Ankündigung oder zum ersten Webinar schon letzte Woche rausgesendet. Wir haben so viele Anmeldungen bekommen, dass es tatsächlich jetzt über den Weg geht. Nur die Leute, die sich wirklich, wirklich für den Vermögensaufbau interessieren, sie kommen da mit rein. Es ist eine gewisse Begrenzung immer bei Webinaren. Diejenigen, die sich auf dem Kanal, da haben wir ganz viele für Girokunde, für Kreditkarte, natürlich auch für Kreditlinien interessieren, und wie man smarter Bankkunde wird, dürfen sich auch im September freuen, weil wir haben noch einiges an Artikeln im Petto. Und natürlich gehen Sie einfach unter das Video auf unserem Spezialportal. Dort finden Sie die letzten Artikel. Wir haben letzten Sonntag hier die beiden Top-Ram-Kredite verglichen, die Inc. und die Volkswagen Bank. Und da sind dankenswerterweise wieder eine ganze Anzahl von tollen Kommentaren, von Ergänzungen, von Erfahrungen und von Fragen, die schon Antworten gefunden haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns so engagiert sind. Und an dieser Stelle sage ich bis nächsten Sonntag in einem neuen Video. Vielen Dank, dass Sie smarter Bankkunde sind. Und vielen Dank, dass Sie hier bei uns beim Spezialportal vom YouTube-Kanal vom Deutschen Konto auch sind. Also dann, bis nächsten Sonntag.